... dass Menschen differenzieren können, die Welt nicht schwarz-weiß sehen, weil, hatten wir eben auch schon, die Welt ist bunt. Und da ist mir an einer Stelle sehr positiv aufgefallen, du wurdest interviewt in einem Video und du wurdest auf Putin angesprochen, was du von Putin hältst. Und deine erste Reaktion war, ja in welchem Thema, in welcher Situation. Und da habe ich das Gefühl gehabt, das ist so gesund, weil doch, darum geht es doch. Es geht doch nicht darum zu sagen, Putin ist schlecht, Trump ist schlecht und wer auch immer ist gut, sondern zu sagen, worüber reden wir gerade konkret. Genau das ist für mich das Wesentliche. Und das ist das, was ich heute sehr, sehr schade finde, dass wir in der Diskussion immer mehr auf ein schwarz-weißes Bild zurückfallen. Wir sind nur noch uns gegenseitig, ich hätte fast ein böses Wort gesagt, den Schädel einzuschlagen. Oder wir finden es total klasse, da geht gar nichts drüber. Oder Schädel einschlagen, dazwischen ist wenig, diese Differenzierung fehlt. Und ich erlaube mir, das anders zu machen. Und wenn einer fragt, was hältst du von Trump, dann sage ich, was genau meinst du an Trump? Es gibt Aussagen von ihm, es gibt Entscheidungen von ihm, die sind einfach nur jenseits aller Normalität. Und es gibt Entscheidungen, die man absolut nachvollziehen kann, die sinnvoll sind. Also was genau meinst du von ihm? Kein Mensch auf dieser Welt ist einfach nur böse oder dumm. Manche sagst, okay Mensch, da gehe ich vieles nicht mit, aber die Idee war in Ordnung. Und warum soll ich nicht bei jemandem, bei dem ich die meisten Argumente nicht mitgehe, aber wenn er was richtiges sagt, nicht sagen, ja da hast du recht. Wenn ich einen gegenüber habe, der vollkommen konträr von seinen Einschätzungen, seinen Lebensweisen, sonst was ist, wie ich das bin, wo ich sage, nein, nein, eins sehe ich anders. Und der sagt dann, und der FC Bayern spielt gut Fußball. Soll ich dann sagen, nein, das stimmt auch nicht, weil es ist von dem. Das ist doch Quatsch. Und das fehlt mir in unserem politischen Wesen. Die Parteien, die Politiker, ich hatte gerade die Woche ein langes Gespräch mit einem Politiker, der sagte, ja das ist ein Riesenproblem bei uns, aber so wird Politik halt nun mal gemacht. Wenn du Politiker bist, musst du anders ticken, da musst du machtstrategisch denken, da darf dich das Fachliche nur noch bedingt interessieren, es geht erstmal um die Machtstrategie. Und da kann ich nicht sagen, wenn von der anderen Partei eine Idee kommt, die mag noch so gut sein, ich muss dagegen sein. Ich muss sagen, das ist nein und bäh und sonst was, weil es kommt nicht von uns. Würde ich das positiv sehen, gäbe das Punkte für die. Und in dem Augenblick, durch die kommunizierenden Röhren, sind es Negativpunkte für mich. Also muss ich immer dagegen sein, was von denen kommt, egal was von denen kommt. Und die mag die Idee noch so gut sein. Und das ist eigentlich Politik. Dann sage ich, wie kriegst du das hin, diesen Spagat zu halten, im normalen Denken noch abzuwägen und im politischen Leben hier eine Richtung einzuschlagen. Das wird immer schwieriger. Und ich versuche das zu tun, zu differenzieren und immer zu fragen, Mensch, welches Argument, was fachlich, was genau meinst du damit? Und es gibt für mich nicht Gut und Böse. Es gibt nicht den bösen Russen und den guten Amerikanern. Und umgekehr gibt es nicht den bösen Amerikanern und den guten Russen. Das gibt es nicht. Jeder hat Interessen, jeder hat Sichtweisen, jeder hat, geht es davon aus, dass die im Kreml das, was sie tun, nicht tun, weil sie der Satan sind und das Böse in die Welt tragen wollen, sondern weil sie überzeugt sind aus ihren Werten, aus ihren Einstellungen heraus, dass das, was sie tun, das Richtige ist. Und in den USA, im Pentagon, im Weißen Haus sitzen die Leute, die der festen Überzeugung sind, aus ihrer Sicht auf die Welt ist das das Richtige, was sie tun. Jetzt kann ich noch sagen, okay, Leute, ich sehe das beides nicht so sonderlich doll, was ihr da macht, aber ich muss erst mal nachvollziehen, dass die nicht böse sind, sondern dass die ihre Interessenlagen haben und Gründe haben, warum sie es so sehen. Und das muss ich erst mal nachvollziehen, verstehen und dann für mich die Schlüsse zu ziehen, okay, wer macht denn hier gerade was und wer hat welche Beweggründe. Also es ist viel, viel, viel schichtiger als einfach nur, meh, meh, gut, schlecht, ist zu dünn. Vielen Dank.